Bienen sind eigentlich Wespen. Wespen haben auffällig schwarz-gelbe Streifen und Bienen ein eher bräuniges Hinterteil. Zudem besitzt die Wespe ihre berühmte Taille. Bienen gehören die Familie der Aprogita, also die Taillenwespen. Diese unterscheiden sich noch einmal in Legeimmen und Stechimmen, zu den Legeimmen gehören zum Beispiel die Erzwespen, zu den Stechimmen gehören die Bienen. Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es kein festes Thema, ich zähle euch heute noch 27 Fakten, jetzt noch 26 Fakten auf, die kein eigenes Video wert wären. Viel Spaß! Die Stadt Hassan Kiew in der Türkei wird bis Mitte des Jahres für den Isostaudamm plattgemacht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Klage gegen die Flutung abgewiesen. Jetzt wird der Zweig der Seidenstraße, an dem die Assyrer, Perser, Römer und Osmanen César wurden letztendlich geflutet. Vor genau 175 Jahren, also am 27.02.1844, erlangt die Dominikanische Republik die Unabhängigkeit von Spanien. Ein lustiger Fakt ist, dass es eine Provinz namens Batman und die gleichnamige Stadt in der Türkei gibt. Zufälligerweise liegt Hassan Kiew genau in dieser Provinz. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands verschwanden die DDR fast von Alternativen von der Bildfläche. Mehr dazu erfahrt ihr in den nächsten Fakten. Es gibt eine Insel namens Java, sie ist zugehörig zu den Philippinen. In diesem gleichnamigen Meeresabschnitt gab es sogar eine Schlacht im Zweiten Weltkrieg zwischen den Alliierten und Japan. Japan gewahnt die Schlacht sogar. Organesson heißt es seit dem 30. November 2016 offiziell Organesson. Es wurde nach dem Mitentdecker Yuri Organessian benannt. Der kleinstmögliche Zeitintervall ist die Planckzeit. Sie ergibt sich aus der Zeit, die das Licht braucht um eine Plancklänge zurückzulegen und um eine theoretische Zustandsänderung zu bewirken. Sie ist benannt nach Max Planck und definiert auch den ersten Zeitpunkt nach dem Urknall. Sie ist 5,91 x 10 hoch minus 44 groß bzw. klein. Der Lipfisch ist mit mehr als 65 Gattungen und 500 Arten nach den Grundeln die größtmögliche Meeresfischfamilie. Nach neuesten Erkenntnissen gehören auch die Papageifisch dazu und damit erstreckt sich die Familie auf über 600 Arten. Die Plancklänge ist die kleinstmögliche Strecke. Sie ist 1,616 x 10 hoch minus 35 Meter groß. Diese Zahl umfasst damit 35 Nullen. Eliud Kipchoge brach letztes Jahr beim Berlin Marathon den Weltrekord. Er rannte die 42,195 Kilometer in nur 2 Stunden, 1 Minute und 39 Sekunden. Damit lag seine Durchschnittsgeschwindigkeit bei 20,81 Kilometer die Stunde. Wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, schaut doch gerne mal das Video über den Marathon-Verlauf von mir an. Pi hoch 2 ist in etwa der Ortsfaktor bzw. die Vollbeschleunigung der Erde, nämlich 8,91 Newton pro Kilogramm. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, schaut doch gerne bei Der Fuchs vorbei, er hat dazu ein eigenständiges Video gemacht. Seit etwa einem Jahr fliegt ein Tesla Roadster im Weltall umher. Er wurde als Nutzlastersatz bei der Falcon Heavy Demonstration Mission eingesetzt. Als letztes noch lebendes Mitglied der Dojok besitzt der Aborigine Jeffrey Lee ein milliardenteures Uranverkommen. Trotzdem lebt er lieber vom Fischen und Jagen und seiner Arbeit als Naturpaar Granger. Der amerikanische Wissenschaftler Robert Palais schlug 2001 vor, 2Pi, also den Quotienten aus Umfang und Basiskonstante neu zu definieren. Er rechtfertigte dies damit, dass in vielen Formeln 2Pi auftauchen würde. Zudem ist ein weiterer Vorteil, dass im Bogenmaß 2Pi einen vollen Winkel darstellt, während Pi nur einen halben Winkel darstellt. Als Formelzeichen wurde Tau vorgeschlagen. Wenn ihr mehr zu Pi wissen wollt, schaut doch gerne am 14.3. bei mir auf meinem Kanal vorbei, denn da gibt's ein Video zu Pi. Der Harley Comete braucht 75,3 Jahre um in die Erdnähe zu kommen. Das letzte Mal in der Erdnähe befand es sich 1986 und das nächste Mal wird er 2061 wieder hier sein. Lustigerweise stürmen die Lebensdaten des US-amerikanischen Schriftsteller Mark Twain fast mit den Cometen Daten überein. Mark Twain wurde nämlich am 30. November 1835 geboren. Zwei Wochen später kam der Comete in Erdnähe. Er starb am 21. April 1910, ein Tag nachdem der Harley Comete in Erdnähe war. Bis zu einem Drittel des russischen Zeitungspapiers wird in der Stadt Kotrapoga im Nordwesten des Landes hergestellt. Die größte Bienenart der Welt konnte nach einer Expedition im Januar nach 38 Jahren endlich wieder gesichtet werden. Die Wallace Giant Bee ist mit einer Körpergröße von 23 Millimetern und mit einer Flügelspannwerte von über 63 Millimetern die größte Bienenart der Welt. Der Hamburger und der Hotdog wurden in der DDR neu erfunden, um die Besucher des Alexanderplatzes besser versorgen zu können. Hamburger Nantelmann Grilletta und Hotdogs Kettwurst. Auch die Pizza wurde unter dem Namen Coaster adaptiert. Amerikanische und britische Begriffe waren damals sehr verpönt in der DDR, aber man wollte auch nicht ohne Fast Food leben. Eine kleine Gemeinde in der Schweiz, Geltwil, wollte die Umstellung in der Sommerzeit 1942 nicht annehmen. Deswegen gab es in der Schweiz zwei Zeiten, die Geltwiller Zeit und die offizielle Schweizer Zeit. 1981 bei der zweiten Einführung der Sommerzeit zog Geltwil ohne Widerstand mit. Wasser siedelt auf Mount Everest also bei 8.848 Metern, ca. bei 70 Grad. Das liegt daran, dass der Siedelpunkt von der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit abhängt. Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind bei dieser Höhe halt sehr gering. Bei den Seepferdchen werden die Männchen schwanger. Die große Mainzer Jupitersäule ist die größte und aufwändigste Jupitersäule, die im deutschsprachigen Raum gefunden wurde. Die Bibel über 2.000 Straßen und Plätze sind nach den Gebrüdern Grimm benannt. Die Bibel umfasst 3.566.480 Buchstaben. Außerdem soll sie das meistgeklauteste Buch aus öffentlichen Bibliotheken sein. Die Indiopathischen Interstitialen Pseunomien sind Krankheitsformen, die vom großen Ausmaß an Lungenentzündungen und Lungenvernarbungen gekennzeichnet sind. Ein Unterwasser-Terrarium ist ein Aquarium. Terra Erde, Aqua Wasser. Wenn euch jetzt dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Schaut auch gerne bei den Video-Empfehlungen vorbei. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao! Ciao! Ciao!